So, ähm, ich glaube ich gehe zum Zentralrevier mal, ja. Der sitzt noch gar nicht drin. Ja, Usain Bolt! Komm, nicht langsamer werden. Komm, Usain. So, los geht's. Ich darf über Rot fahren. Wo kommen die Wand denn auf einmal her? Komm, wir fahren mal die Karte hier runter. Hier fahren wir die Treppe runter. Ich darf das alles, falls ihr fragt. Ich darf das. Das haben wir auch. Ecke first and here. Okay. Wo in welchen? Ich vertraue dir immer, Bukowski. Okay, Interview nur mit 2. Der ist mir auch scheißegal. Der ist mir auch scheißegal, auf was du bestehst, du Lackaffe, der nervt mich jetzt schon. Juan Francisco Valdes. Augengrün. Alter 52. Haare schwarz. Männlich. Argentinischer Generalpups. Besitzer des gescholten, äh, gescholten Packards. Auf jeden Fall jetzt Halterliste des Packards. Where did you purchase the car? My secretary and driver arranged the virgins. A disreputable place. A Dewey Brothers is my name. As soon as I can have it arranged, I will have my hispano-suisse brother from Buenos Aires. Was? Ja, ob ich dir das glauben soll? Wartet mal. Er lacht schon, wenn man so beschissen. Ich glaub dir das nicht. Ähm. Was mach ich denn jetzt? Jene, mene, miste. Na ja, komm. Ich mach jetzt mal anzweifeln. Boah. A Packard? Velez? A snob like you doesn't drive an American car. I want answers or I'll smack you around the teeth. William Dewey offered me a substantial ride to make a purchase at his establishment. It is not unusual to make this kind of transaction. A civil service. Tell that to the Argentine taxpayers. Okay. Deep Charles is a consulat fatuax. Was? Was hast du dazu erzählen? Juan Francisco Puskopf. Hm? Ja. So. So könnte man das sagen. Pfeifen. Ich weiß nix. Wisst ihr was? Ich setz mal Intuition ein. Okay. Wenn's nicht Lüge ist. Dann muss ich's anzweifeln. Du hast eine ziemlich gute Idee, wer ein Auto hat. Nein, du. Konsulgeneral. Wolltest du mir sagen? Oder schaue ich es dir aus? Es gibt keine Anzeige für Verwaltungen. Ich versuchte, ein entschuldigter Typ aus dem Auto. Du hast einen Namen für dieses Kind? Gabriel. Wie der Archangel. Ich hab keine Ahnung. So. Wichtige Person. Gabriel. Der steht noch im Notizbuch gerade auch. Wie ihr gesehen habt. Also ich werd jetzt mal Verbindung zu Gabriel machen. So tell us about this kid Gabriel. You had a run in with him? Mechanical. A presumptuous young man who did not know his place. He presumed to ask me for questions. We do a lot of presuming here in the United States Consul General. He comes with the turf. Hmm. Hmm. So sehr. Was kann ich denn hier machen? Wow. Intime Angaben zu männlichen Kontakten und Telefon. William Dewey. Der verhält sie anders. Weißt du was? Ich probier mal Lüge. Ja? Meinst du? Ich probier das jetzt einfach mal. Du perverse Schwein. Hoppala. Du Kinder. Äh. Kinderknicker, du wei. Du wei. Du wei. Pean- und jeunku. Du wei. Leute тc world wei. Knampf, du wei. Oder du wei. Meinst du, geil. Seien SergeconfLand Du bist gut. Seien bald kurz. Zum gen**** Die Menschen für den Gerichtlichen später fragenlegen du blühst rome, fördern Dankeschön. So, dann gehen wir mal. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ist eigentlich noch die Werkstatt da, glaube ich. Warte. Zentralrevier sind... Autohaus. Duwee bros. Oh, bros. Okay, man. Ab Isaac, bruh. Mr. Valdez moves in some peculiar circles for an international Bon Vivant. Ah, English, please. See, this is why nobody invites you out for drinks. It's just very industrious of him to be so involved in matters of consular transportation. All right, they're making it worse now. I think what you're trying to say is that lover boy in there is as full of crap as a Christmas Goose, that is well. I think what you're trying to say is that's so eklig. Uh. Let's mal auf eine Karte gucken. Karte? Wo ist es denn? Ich bin hier. Da hinten. Da muss ich noch. Ja, mal gucken. Da hin. Bis dahin unter deinem Rad. Ja, ja. Ich hab nix gemacht. Ich mir da jetzt... Ach, was meinst du denn? Ja, ja. Alter Maul. Ich fahr ordentlich. Ich fahr jetzt einfach mal gerade aus. Wenn ich da jetzt dann ankomme... Und bei mir mit 8HG weg bin... Ich könnte einfach mal von einem anderen Auto schnappen. Das wär bestimmt lustig. Da seht ihr... Da sind wir doch. Autos do we have your use. Or us. Wie auch immer, wir wie gerne wollt. Oh. Wer sind's denn sie? Lach nicht so doof. Lach nicht so doof. LAPD, Mac. Wir wollen mit dem Verkauf. Das ist ich, William Dewey, proprietor von deinem Service. Wir haben die Verkaufnahme von Packard in die Argentinien-Embassie. Are you missing a combination wrench? I don't know, Detective. But I know how we can find out. Follow me. Äh, lauf so fett man ist. You sure you guys are interested in a new car? Nein. Wenn du so weitermachst, erschieß ich dich. Du Lackaffe. Ich hab' ein paar schön genutzt Autos für die Leute. Ihr Wagebracket. Gut. Gucken wir mal hier. Und da fehlt einer. Ich hab' ein paar Tools in hier. Ne, dann ach, hier liegen wir. Ich hab' ein paar. You sure you guys aren't interested in a new car? Hm? Maybe you use a car? Ich hab' ein paar schön genutzt Autos für die Leute. Ihr Wagebracket. Wir brauchen keinen neuen Wagen. Give us some alone time, doing it. Go sell some cars or whatever it is. So. Ähm. Da. Geht da doch keiner? Nein. Ja, wie sehr. Und da fehlt doch einer. Nein. Ich wollte ihn da unten haben. Geht da. Da. Da, 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 da. Hm. Wollen wir hier? Hm. Okay. Wenn du sagst. Da war was. Ach, nur man chillend. Hä? Verbraut dir mal, Corbin. Da war was. Was ist das? Ach so. Seem zero light. Ja, gut. Wenn du sagst. Ein Hammer. Okay. Ein Hammer ist Müll. Okay. Es ist immer noch Musik. Aber kannst du nicht zu Ende sein. Oder es liegt hier irgendwo in der Zeitung. Du. Steh mal auf. Nicht gut. Wir brauchen diplomatische Pläne. Jetzt höre ich nix mehr. Es kam auch gerade die Ende Musik. Also. Komm, gehen wir mal zu diesem Fett-Wand. Großer. Danke. Danke. Vielen Dank.